Hier fliegt mal alle kurz dahin. Schau mal was ist denn noch hier oben? Holt da die Leute, zerstört das. Einfach nur die Leute holen. Delizium Mond, sehr gut. Okay, du kannst erst mal noch, okay, jetzt bloß nicht, ich hatte gehofft, dass hier vielleicht noch ein Schiffswerft oder so ist, aber wir holen jetzt erst mal das und dann können wir den Abbaustation hier bemannen und uns den Rest vom Delizium hier schon haben. Schauen wir schon mal, wie viel da noch drin ist. Gehen wir da. Ihr solltet ja hoffentlich reichen, um ihn hier... Schauen wir mal, ob das reicht. Ah, perfekt. Okay, ihr kommt auch mal mit hier hoch. So, bemannen. Dich können wir jetzt erst mal demontieren. Hier die Lithium für uns. Sehr gut, jetzt kannst du eigentlich hier abbauen. Ah, wir haben hier echt die Lithium. Ah, das freut mich richtig gerade. Okay, was machen wir jetzt mit den ganzen Schiffen? Ich würde die gerne zurückschicken, aber ich weiß nicht, ob die ohne Begleitschutz da quasi gut unten ankommen. Äh, ja, das war die Station, die sie erwischt hat. Und ich will auch ungern ungeschützt hier lassen. Aber wir bräuchten echt alle... Ich glaube, wir schicken dich zum Reparieren. Und die anderen zum Demontieren. Schauen wir mal, ob der Convoy das schafft. Wir haben die Lithium-Mond gefunden. Hahaha. Jetzt hoffen wir nur, dass die hier heile ankommen, vor allem mit Lucutus. Okay, er humpelt hier ganz langsam. Ey, soll er doch. Ist auch gut. Wir haben hier oben noch Schiffe. Ich würde sagen, wir erkunden mit denen einfach mal noch ein bisschen hoch. Weiter. Also wir hatten jetzt Klingonen, Dominion, Pring, Romulana, Föderation. Oh, eine Station. Der hier hat keine Leute mehr. Stopp. Station designiert für Disassembling. Oh ja, Disassembling. Wir wollen Rohstoffe. Sucht schon mal weiter. Vielleicht finden wir noch eine Rasse, die wir hier oben assimilieren können. Ah, okay. Ferengi. Es sollte schnell Geschichte sein. Yep. Perfekt. Demontieren, bitte. Okay, der wird jetzt. Es ist interessant, wo er lang fliegt. Ob er hier durchfliegt oder außenrum. Aber je nachdem ist dann hier die Mauer quasi durchgängig. Okay, noch eine Rasse Ferengi. Sehr cool. Proceed, Disassembling. Yes, proceed, please. Proceed, Disassembling. Ah, okay. Mauer ist wohl durchgängig. Sehr gut zu wissen. Föderation und Green Forces. Wo? Hier oder was? Naja, sollen sie sich halt betteln. Wir haben einen Mond. Wir haben einen Mond. Wir haben einen Mond. Ah, okay. Hier ist also nichts. Okay, das heißt, wir schicken euch mal ganz dezent hierher. Vielleicht wartet ihr lieber mal hier. Und wir machen das so. Mit der 3 fliegen wir jetzt hier hoch. Einfach holt den. Naja, soll er? Die beschützen mal das hier oben noch. Ich habe die Hoffnung, dass die Flotte quasi gegen den Bird, äh Warbird, den schnell einfach ausschalten kann. Okay, wir haben noch eine Flotte voll. Ich bin fast versucht, dass wir die jetzt da runter stellen. Und schauen, ob wir einfach alle abfangen können, die hier rauskommen. Zerstört es. Los, 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 los. Und du müsstest gleich keine Leute mehr haben. Hoffentlich überlebt er das. Okay, er hat es überlebt, aber er fliegt ein bisschen. Hallo? Bitte einmal beamen. Okay, das war ja mal ganz komisch grad. Du bleibst mal, ne, eigentlich können wir dich auch demontieren. Auf geht's, schauen wir mal hier rein. Jetzt bin ich gespannt, was hier noch ist. Ah, zwei Breen Schiffe. Sonst nichts, ne? Zerstört das eine und entert das andere. Nein, so rum. Ah. Das war jetzt nicht gut, was ihr gemacht habt. Wir werden verlebt. Wir werden verlebt. Wir werden verlebt. Wir werden verlebt. Hoffentlich, jetzt, jetzt kommt die Frage auf, ob die das schaffen oder nicht. Jetzt bin ich gespannt. hast du es auch überlebt ja hast du ihr hier oben ihr seid die drei ok das heißt wir haben jetzt das heißt in den rest kommen wir nur rein wenn wir durchs wurmloch fliegen ok interessant schauen wir mal in der warmhalle in capture romulan starbase destroy romule alle romulaner look gut das muss überleben drei köpfe enemy shipyard und auch das sei der war meine user to repair your ships during the assault klingt logisch du baust bitte weiter hier wir haben so viel die lithium leicht machen wir das jetzt so ich kann uns das leisten dass wir noch eine forschungsschiff von den borg bauen das wäre noch cool aber wir können gar keine meinen prozessor bauen also wahrscheinlich selber eine mining facility verbauen müssen okay dann bleibt es bei dem einen perfekt dann erforschen nämlich auf jedes war jeden fall und ritium burst launches of energy at multiple enemy targets inflicting massiv denn wir fliegen mit ihr durch und schauen mal ob die antitanen vorrichtung haben sie haben also keine antitanen vorrichtung interessant ja wir haben ja also auch eine mond ok wir haben noch ein bisschen was gefunden hier oben ist die schiffswerft ok alles klar gibt es ja auch eine sternbasis die wir capture müssen oder so kannst du jetzt wieder erforschen hier ja ganz wieder sehr gut dann okay damit machen die kurzen prozess wir sind alle hier schön gesammelt eigentlich könnten wir jetzt schon reinfliegen oder würde ich jetzt mal sagen du kommst auch mal wird hierhin du bist fünf oh ja die haben wir eine ganze sternbasen ok da ist die sternbasis inzwischen ist mir auch klar warum wir die anderen schiffe verloren haben die haben wahrscheinlich einfach noch selbstzerstörung getriggert das hat aber lang gebraucht bis ich darauf gekommen bin ja wahrscheinlich einfach noch selbstzerstörung getriggert bevor wir sie halt entern und dann haben sie halt sich selbst zerstört ne das ist halt das was sie so macht wir fliegen jetzt mal alle hier hin schauen wir mal passt die hier alle durch irgendwie durch den nebel ok er greift gar nicht an ok aber flüchten flüchten ja da kommt noch einer raus sehr gut den können wir schon mal noch mehr wo im loch aktivität hier ich glaube alle sind da ich habe schon mal ein bauschaft mit geschickt weil dann können wir uns drüben zur not bisschen was bauen unser spion ist da sehr gut wenn einfach sagen rein und schauen was passiert ich hoffe dass unsere schiere anzahl die einfach jetzt bin ich gespannt okay diese verteidigungsplattform sind ganz schön niederspenstig okay aber es hat funktioniert einigermaßen würde ich mal sagen ok hinterher und hinterher schauen wir mal ob ihr noch habt ihr hier auch verteidigung ja habt ihr auch okay wie viele die zum essen hier noch und immer früh nimm mal früh wird fast gerne hier eine ding bauen ok jetzt jetzt will das aber wissen ja die ganze zeit nur angriff ja ich weiß ich weiß dass sie hier eine similatet engaged hier ich kann ich auch mit durchstücken ich habe den zerstört ne schauen wir mal ob ihr noch reicht hier dann kommen weg von der front ich kann schon mal anfangen die hier zu zerstören ah es funktioniert so wir bauen jetzt hier ein bisschen verteidigung auf für uns noch mehr noch mehr die machen einfach zu viel schaden oh ist das weg we are the borg the collected must grow we are the borg we are the borg the collected schafft ihr das scheint so sehr gut das heißt wir können hier auch noch die lizium abbauen wunderbar wir bauen hier noch unsere verteidigung ein bisschen auf und schreifen aber schon mal dementsprechend wieder an hier sind noch zwei zum capturen sehr gut das heißt eigentlich müssten wir nur gut die markiert sich kurz dafür bist du designated wir kommen jetzt mit dir einfach mal wieder hier das überlebt er nicht oder doch vielleicht sogar schon und reicht es bitte einmal demontieren dankeschön für die ressourcen sowas hier oben ja so 1 ok ok er ist sogar durchgekommen alles klar der baut noch weiter ab hier unten auch alles gut so weit hier oben der wird zerstört der ist sogar zerstört grid resources was was woher hier die lithium leer oder was ja alles klar demontieren wo bist du hingeflogen du komische schiff demontieren ok angriff Falls du den Antrieb wieder kriegst, kannst du zerstörtes, los, Angriff, das schafft ihr jetzt wohl, oder? Alle zusammen gegen eins. Naja, zur Not verlegen wir halt ein Schiff. Schauen wir mal, ob die Verteidigung unten dem Stand hält. Jetzt schauen wir mal, ob das hier durchkommt oder nicht. Ah, okay, jetzt hat's gerade so, ja, es war schon knapp, wir brauchen noch mehr hier. Ah, vorwärts, vorwärts. Alles klar. Ah, nein, nicht beamen. Demontieren. 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 Reparieren. Reparieren. Ach, ne, ganz schön lange Schlange hier. Ei, 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 ei. Mal, dass die jetzt alle einfach vorbeifliegen hier. Wir brauchen eigentlich gerade kein Lithium, das heißt, ich lasse sie einfach mal stehen mit Mandi. Wir haben so viele Crew, das ist auch schon egal, ne? Das geht ja schnell hier durch und dann marschieren wir hier durch und holen uns alles, was hier ist. Das kann ja nicht sein hier so. Und mit dir fangen wir einfach mal an, weiter von denen zu bauen, weil ich meine, hey, wir haben's ja. Gerade wurscht. Komm, 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 komm. Nein, nicht beamen. Demontieren. Reparieren. Nein. Wir greifen jetzt einfach an. Wir greifen jetzt einfach an, das kann ja nicht mal weitergehen hier. Dauert schon viel zu lang. Das ist ne Mission, ey. Wir sind die Borg. Fassel-Konstruktion complete. Ah, okay, hier fängt's also an mit Stationen. Engage, Target. Unaccelerate Spezies, engage. Wir sind die Borg, yes, da hast du recht. Also diese Verteidigungsplattformen hauen schon echt richtig rein hier, ey. Fassel-Konstruktion complete. We will comply. Nachdem ich weiß, dass ihr doof seid, fliege ich erst hier hin. Äh, okay, er repariert sich, dann greift's wahrscheinlich gleich an und dann räumen wir hier jetzt weiter auf. Hier. Na, du brauchst aber viel Reparatur, ha? Fassel-Konstruktion complete. Naja, greift gar nicht an. Naja, soll mir auch recht sein. Engage, Target. Wir greifen weiter an. Zerstört sie alle. Ja, 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 ich weiß, da ist noch einer, der mich angreift. Alles gut. Sehr gut. Tü-tü-tü-tü-tü. Ich will nur den schnell zerstören. Sehr gut. Und jetzt, ah. Oh, jetzt fließe. Ähm, okay, wahrscheinlich, wenn ich jetzt... Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich wieder rüber beam. Demontieren bitte. Zerstört es. Funktioniert doch, funktioniert doch. Ja, 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 ja. Nein, da ist ein Kind. Das ist gut. Oh. So, jetzt müssen wir aber erst die Verteidigung hier draußen rum zerstören, sonst zerschießen die eigene Schiffsserft hier, das wollen wir ja nicht, das heißt Angriff, geht mal ein bisschen hier rum, dass ihr auch genug Platz habt hier, ah, sehr gut, du bist schon zerstört, dann dich hier, weg hier, die Hellsten sind sie ja nicht gerade, naja, zerstört erstmal das hier, so, so, dich können wir erstmal auffüllen, sagen wir mal, können wir hier hochbeamen von dem aus, ja, perfekt, und du könntest jetzt mal hier als Brücke fungieren und da rüberbeamen, geht das auch, ja, äh, du kannst dich zerstören, du kannst dich schon mal reparieren, wie geht's mit unserer Flotte hier unten voran, bauen wir denn noch vielleicht nicht weiter Schiffe hier, ja, 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 weiter, 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 haben wir denn noch genug, ja, hier kommt einfach schon mal als 3 hier mit her, 1 reparieren, 2 reparieren, was war hier, nichts, ok, gut, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, kannst du auch hier montieren, ja, sie rein sich alle schon auf, wunderbar, ja, genau, einfach hier sammeln, die anderen müssten auch gleich da sein, ich bin gespannt, ob die alle zusammen die Sterbenbarz schaffen, das, das wird nochmal, schauen wir mal, ob das klappt, ok, alle erstmal in die Nähe, das post, das bauche ich noch du aus, was baut hier, ja, du kannst erst mal gegen den angreifen, ok, alles klar dann, proceed to sector, wir sind die Borg, Schau mal, was schneller geht. Leute runterholen oder sie zu zerstören. Ah, das geht auf jeden Fall rasant runter. Das ist schon mal gut. Schau mal. Wie lange die Spezialenergie hält? Ja, die hält noch. Die hält noch, das schaffen wir. So, jetzt gehen wir mal alle hier vor. Schau mal, nicht, dass hier noch irgendwas ist. Nicht, dass jetzt, wenn wir die entern auf einmal. Gleich bemannen. Wir brauchen die ja, glaube ich, oder? War das nicht so? Die habt schon. Das ist der letzte. Oh, sehr gespannt. Schauen wir mal. Oh, dann haben wir es geschafft. Ich glaube es ja nicht. Uiuiuiui. Das war eine Mission, ey. Gleich vorbei mit dir. Oder das eine Schiff, was hier oben ist. Das könnte natürlich auch noch sein. Schauen wir mal. Wo wir das noch finden. Ah, die Stemmasse hilft sogar. Wunderbar. Praktisch. Und? Kaputt. Geschafft. Okay, dann ist es wirklich das Schiff, was hier noch ist. Ja, du bemannst dich langsam. Wir lassen dich mal hier. Zur Verteidigung. Jetzt so aber, oder? Du bist der Letzte? Bist du? Bist du? Bist du? Prämliche Objektiv complete. Die Omega-Partikel ist secure. Präpare Partikel 010 für Transport. Präparation beginnt. Accessing Romulat-Database. Final-Informationen retrieved. The Federation is sending an Ambassador to negotiate an alliance between the Klingons and the Romulans. Such a Union would jeopardize our plans to assimilate the Alpha Quadrant. Send a cube to capture the Federation Ambassador. All other units initiate new primary objective. Return Omega to Unimatrix 001. Schiff. Oder? Untertitelung des ZDF, 2020